da bin ich dass es da oben weitergegangen wäre laden wir mal also das hier und ist der kasse hier oben ist auch sackgasse ok sind wir da hier so ist da lang gehen wir gar nicht mehr obwohl wir gehen hier oben lang wir sind hier unten lang gegangen gell wir grad gucken ja wir sind unten lang gegangen wird sich immer noch zutrauen dass er einfach hier oben in der äußersten ecke sitzt und dass das hier der weg in diese ecke ist war wohl auch ein satz mit x oh indianer ja wii ja wii viel indianer ja wii ja wii Das könnte bedeuten, wir haben den Schamanen nicht gefunden. Weil das auch eine Sackgasse ist. Okay, nächster Weg. Wieder nicht richtig. Weil das war eine Sackgasse. Noch eine Sackgasse. Hier sind wir hier. Hier sind wir jetzt hier unten wieder. Okay, nein. Hier ist gut. Also ich gehe mal nicht nach da oben. Ich gehe hier lang. Mal gucken, ob ich so ins Wächterrager komme, wenn da eins ist. Okay. Okay, die Wegfindung will gerade nicht so wirklich. Okay. Dann ist hier mal. Okay. Er ist am besten noch mal. Überschreibe ich den letzten Spielstand. Dann gucken wir uns hier mal um. Okay, Sackgasse. Was heißt, wir gehen jetzt mal hier lang. Okay. Okay. . Okay. Okay. Hier wird wieder gegessen. Hier wird auch. Dann geht mal schlafen. Dann könnt ihr hier nochmal was essen, bevor wir dann weiterziehen. Wenn wir Glück haben, kommen wir auch irgendwo da unten raus. Warum habe ich nicht so das Gefühl, als ob das Wächterlager unser Ziel ist? Wahrscheinlich drückt mich mein Gefühl und wir laufen in den Tod. Entweder das oder da steht ein einsames Wikinger-Zelt. Äh, nicht Wikinger-Zelt. Ähm, Indianer-Zelt. Jo. 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 Hier gibt es auf jeden Fall jede Menge Essen gerade. Jo. 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 Und ja, wir laufen gerade wirklich in Richtung Indianer-Lager. Jo. 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 Oder auch nicht, weil wir gerade einen Abstecher machen. Das hier sieht so aus, als ob wir von da oben kommen könnten. Jo. 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 So, geht mal essen. Jo. Jo. So, überspeichern wir den Spielstand mal wieder. Gehen hier lang. Na doch, wir kommen wieder nach oben. Kriegen wir unsere Hungersnot. Laufen in eine bescheuerte Sackgasse. So, ich will wissen, ob wir hier rauskommen. Okay, das heißt, da unten ist auch nur Finte gewesen. Das hier sieht aber auch nicht nach dem richtigen Weg aus. Auch nur nach einer Sackgasse. Ist es auch. Okay. Sind wir wieder hier oben. Hier oben klingt eigentlich eher richtig. Weil hier ist auch der einzige Ort, wo wir Vögel und Eulenhund zu hören. Ja, will. Aber nicht der Weg. Dann muss er, dass wir vorhin am Anfang an falsch abgebogen sind und hier hoch hätten. hoch müssen, aber ich glaube es nicht. Es wäre zu einfach gewesen. Das ist Sackgasse. Okay. Gehen wir mal da lang. Also hier lang brauche ich auch nicht gehen. Ja, geht. 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 Ja, das ist ein breiter Weg hier. Voller Nahrung. Okay, erstmal alle Penn legen.